Beautyretusche Ich will euch zeigen, Techniken zu Kontrasten, zu Details, zu Strukturen, dann natürlich Bildlooks, was man so in der Werbung... Werde Maus! Werde Maus! Werde Maus! Wieso hast du eine Maus? Pack die Maus weg! Pack sie weg! Ganz vorsichtig! Tu die Maus in die Tasche, bitte! Weg mit der Maus! Du kannst auf so einen Profi-Workshop kommen mit der Maus! Wir arbeiten mit Stiftablenk! Weg! Pack sie weg! Nein! Nicht immer mit der Maus! Kauf dir ein Stiftablett! Bitte pack sie weg! Nimm dein komisches Ding da, das Geil, und raus! Raus aus dem Atelier! Raus ist was für Profis! Du kannst nicht hier mit einer Maus! Bist du irre? Raus! Raus aus dem Atelier! Profis arbeiten mit dem Stiftablett! Raus! Bitte, setzt euch wieder! Setzt euch bitte wieder! Also... Scheiße! Oh Gott! Also... Es tut mir echt leid! Also mir ist sowas noch nie passiert! Und... Ihr kriegt euer Geld zurück! Also... Sorry! So... Hes... ARD Text im Auftrag von Funk